Bilder, bei denen jemand in seinem Job aber ganz versagt hat. Ich hoffe, dass da noch eine Treppe hinkommt oder so. Weil sonst sind das zu viele Türen. Hier ist eine Tür zu wenig. Also ich weiß nicht, wie man da rauskommen soll. Was macht die Stadtplanung beruflich, dass da einfach ein Haus auf der Straße steht? Und wieso baut man ein kleines Häuschen mitten auf die Gleisen? Demnächst baust du deine Rampe bitte neben dem Baum und nicht in den Baum. Und hier wäre es gut, wenn man mal nachdenken würde, wie man aus der Garage auch rauskommt. Falls man diese stark befahrene Straße mal überqueren will, kann man da einfach rüber. Oder man geht halt einfach rüber die Straße. Und dieser Spielplatz ist vor allem für die Eltern gut, die ihre Kinder auch nicht mehr abends abholen wollen. Der Zebrastreifen hat sein Ziel leider ein bisschen verfehlt. Der Wasserstrahl auch. Knapp daneben ist auch vorbei. Ich habe gerade Rolltreppen noch nie verstanden, aber was soll das? Die Autofahrer hassen diesen Träger. Wenigstens ist dieser Mast schön markiert. Ja, und bei diesen Toiletten muss man halt ein bisschen kuscheln. Wenigstens besser als das hier. Was ist das?